Das bin ich. Das ist Corona. Corona kann man nicht sehen. Es ist zu klein. Man braucht ein Vergrößerungsglas. So sieht Corona aus. Es ist ein klitzekleiner Virus. Es macht die Menschen krank. Wenn ein erkrankter Mensch niest oder die Hand gibt, kann Corona auf eine gesunde Person überspringen. Er klettert dann bei Mund, Nase oder Augen in den Körper. Im Körper kann Corona sich vermehren. Kinder bekommen dann Fieber und Husten. Ältere Menschen wie Omas und Opas können schwer erkranken. Ich will gesund bleiben. Deshalb bleibe ich jetzt öfter daheim, damit Corona nicht auch auf mich springen kann. Mit meinen Verwandten telefoniere ich. Mit meinen Freunden in Kindergarten und Schule soll ich leider derzeit nichts unternehmen. Mama und Papa sind auch mehr zu Hause, damit sie gesund bleiben. Unseren Familienausflug am Wochenende verschieben wir auf später. Dafür habe ich viel Zeit, mit meinen Spielsachen zu spielen oder etwas zu lernen. Wenn ich nicht zu Hause bin, achte ich darauf, dass Corona nicht auch in meinen Körper kommt. Ich wasche mir jetzt öfter die Hände mit Seife und warmen Wasser. Ganz gründlich. Dann wird Corona weggewaschen. Und ich schaue auch, dass ich mir nicht zu oft ins Gesicht greife. Wenn ich jemanden treffe, sage ich freundlich Hallo, aber gebe nicht die Hand. Corona sitzt nämlich gerne auf den Händen. Wenn ich zwischen vielen Leuten bin, versuche ich ein bisschen Abstand zu halten. Corona kann nicht weit springen. Lisa, meine Freundin, hat Corona schon krank gemacht. Sie muss jetzt zu Hause bleiben. Das nennt man Quarantäne. Ich habe mit ihr telefoniert. Sie sagt, es geht ganz gut und sie ist bald wieder gesund. Wir passen alle auf, damit wir uns nicht anstecken. Und Corona bald wieder verschwindet. Und dann können wir wieder alles so machen wie vorher. Juhu!